Ich bin Nathalie und studiere im Bachelor Biotechnik-Chemie an der TU Ilmenau. Der Studiengang eignet sich garantiert für Leute, die auch gern praktisch arbeiten und natürlich sollte man sich für Bio interessieren, für Chemie natürlich ganz doll und man sollte vielleicht auch technisches Interesse haben, weil es ja eine technische Uni ist, das heißt für Leute, die naturwissenschaftlich breit aufgefächert sind und sich nicht für irgendwie eine Sache entscheiden wollen, dem würde ich es empfehlen. Eindeutig sind die Praktika hier das Besondere, weil so viel in den Praktika gemacht wird. Es sind zwar hohe Ansprüche, aber danach hat man Erfahrungen im Labor gesammelt, die man sonst so glaube ich nicht kriegen würde. Auch gerade jetzt unser organisches Labor ist halt eben viel Selbstmachen. Klar, man hat die Unterstützung, wenn man Fragen hat, ist jemand da, aber es halt eben auch selbstständig arbeiten. Die Gemeinschaft an der Uni ist einfach, finde ich, was Besonderes. Die Leute waren einfach total offen. Es war so, das ist ein Neue, ja super cool, setz dich hier, was zu trinken, willst du mitspielen? Wenn du irgendwie dich dann an der Uni entscheidest, zum Beispiel beim Chor mitmachen willst oder bei sportlichen Aktivitäten, wo es auch viel Angebot gibt, dann findet man hier viel schneller Kontakte, die auch wirklich lange halten. Also ich habe jetzt in meiner Zeit, die ich hier bin, gute Freunde gefunden. Ich wollte unbedingt irgendwann mal in der Forschung arbeiten. Deshalb habe ich auch immer so ein bisschen geguckt, so wo kann ich irgendwas studieren, wo ich dann irgendwann auch wirklich forschen kann, was wollte ich wirklich schon immer machen. Also in der Forschung arbeiten, das wäre für mich schon das Größte. Ich würde gerne Master hier in Ilmenau machen, weil man hat im Bachelor eine super Basis bekommen und der Master baut gut drauf auf. Das heißt, man hat schon Wissen vorher und es ist einfach nochmal eine Vertiefung, vielleicht auch in Richtungen, wie ich jetzt gerade, die man besonders gehen will. Mein Studiengang Biotechnische Chemie in drei Worten – anspruchsvoll, praktisch und gemeinschaftlich. Mein Studiengang Biotechnische Chemie in drei Worten – anspruchsvoll, praktisch. Mein Studiengang Biotechnische Chemie in drei Worten – anspruchsvoll.